Hallo meine Lieben und ganz herzlich Willkommen bei Deutsch mit Martin. Heute üben wir die Uhr. Wie spät ist es? Es ist um drei. Es ist halb elf. Es ist viertel nach neun oder viertelzehn. Es ist viertel vor zwölf oder dreiviertel zwölf. Es ist sechs nach zehn. Es ist zehn nach zehn. Es ist sieben vor halb zwei. Es ist zehn vor um acht. Es ist kurz vor zwölf. Es ist kurz nach halb acht. Es ist kurz nach sechs. Ich hoffe, ihr konntet mit diesem Video gut üben. Schreibt doch mal bitte die Uhrzeit bei euch. Und zwar mit Zahlen und mit Wörtern. Bei mir ist es jetzt zum Beispiel kurz vor zwölf. Ich wünsche euch noch viel Erfolg beim Lernen. Denkt dran, macht immer eure Hausaufgaben. Hausaufgaben sind sehr gut zum Üben. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.